Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde CSGO hier auf Office. Wir gehen halt gerne ins Büro. Mit dabei ist der Snake. Nein. Desaster. Nein. Nein. Wolfi. Nein. Hallo. Und der Snipes. Ich. Ja. Also keiner ist da, nur ich. Heute spiele ich allein gegen 5. Ich auch. Achso stimmt, Wolfi ist da. Ich bin auch da. Nein. Hallo. Bevor jemand fragt, ja wir spielen gerne Office. Ach fuck. Aber nur eine Rastfunktion aktivieren. Nein, ich hab hier auf die Taste gedrückt. Scheiß Einrastfunktion. Moment, ich bin gleich höher da. Wahrscheinlich nehm ich jetzt gar nicht auf. So. Ich hab mich wahrscheinlich verdrückt. Ich kann jetzt auch nicht schauen. Hier, du wieder da, ja. Ja, das kann ich. Snake hat sich wieder Snake genannt. Wieso seh ich so ein paar Füßheber? Da ist ein Flash. Der hat uns gebracht. Wenn ich über dir stehe. Ach, wegen dir bin ich jetzt tot. Du Kack-Nub, mann. Zwei war lang. Ach, Snake. Sag doch, wenn du vorbeigehst. Ja komm, da sind zwei. Da sind zwei. Weiber lang, eine der Toilets. Nein, da ist zwei lang. Da ist schon eine drin. Immer noch lang. Ach, der ist ja schon drin. Ja. Wolfi, rechts. Wolfi, rechts. Wolfi, rechts. Ja, aber wenn ich doch alleine bin, von da war's. Komm, da war's. Kann keiner auf beide Seiten gucken. Doch. Du hast doch Duel Barretta. Eine, eine links, eine rechts. Du brauchst zwei Bildschirren. Ich hatte gar keine Duel Barretta. Ach so Scheiße. Somatrix-like, ja. Boah, du bist voll unaufmerksam. Trinity-style. Ja, Corden. Schande über dich. Corden, mann. Ja, was? Locken sie jetzt. Uh, Nova Koi. Geiler Scheiß. Ja. Fisch. Komm, wir machen jetzt Rush-Attack. Was? Klopp. Ich hau mich auf den Akten-Schrank. Ich bin schon müde. Ich lege mich das auf den nackten Schrank. Ich lege mich nackt auf den Schrank. Hast du nicht zugehört jetzt? Akten-Schrank. Entschuldigung. Nackt auf dem Schrank. Der willst doch verstehen, dass er will. Der kann nicht nackt auf dem Schrank. Ja. Und wieder? Ja, klar. Mach ich. Mach ich auch mal. Das kommt in der Arbeit ganz gut. Überlang zwei. Ah, einer ist gut gedamaged aber. Sag doch, dass er einen P90 hat. Er hat einen P90. Ah, okay. Danke, wusste ich nicht. Bitte. Immer wieder gern. Ähm. Ja, 1790. Warte mal. Es ist Snake egal. Macht einfach mal vor. Okay, nebenbei. GG, Snake. GG. Ihr wisst echt, dass wir gegen einen Clan spielen. Office Yolo. Er hat dich nackt auf dem Schrank gesehen, deswegen war er dafür so angetan. Deswegen hat er einfach alles weggeknallt, oder? Wie ist denn jetzt? Jeder hat schon durchgekauft. Ja, das war auch nix. Du wisst, dass das nur einmal pro Grund nicht funktioniert. Ja, ist ja ne neue Runde. Ja, aber ich kaufe die doch immer. Geh doch da weg. You seem so. You seem to know the map. Ganz der Kommandatis. Einer ist auf langen. Das ist im Mittel. Nur einer? Komm, warte. Warte. Block mich nicht. Sorry, warum ich eben nicht geredet hab. Ich hatte noch ne Pizza. Achso. Ah, Pizza. Ah, Pizza. Ah, Pizza. Ah, Pizza. Du Scheiß-Killstealer. Ah, Fabrizio. Ah, Pizza. Äh, da ist was. Geh weg, Mann. Du blockst mich. WTF? Ich weiß. Hab ich Paras gekriegt. Ah. Oh, ich hab mich verklickt. Nein. Ich hab daneben geschossen. Hast dann der Rechtskick gemacht. Ne, ich war eine Kopfbreite zu weit rechts. Mit meinem Schuss. Kopfbreite. Fuck. Werner kommt über da? Okay. Ja. I bin lang. Nein, ich sag jetzt nicht, was ich sagen wollte. Sorry. Ach, ganz dahinten. Letztes hinten bei Sniper Spot. Den hol ich mir weiter. Und ich probier's zumindest. Mit ner SSG. Also eher, nicht du. Das war zu hoch. Das war Treffer. Hallo. Ah, ich hab Snake zugeschaut. Ach, letzte. Ich dachte, ich hab Snipes zugeschaut. Ne. Ich bin mit der Sniper vorhin gehört und dachte nicht. Der wird ja noch treffen. Ah, cool. Ah, danke. Ah, cool. Ich krieg's gar nicht mehr mit. Ich krieg Waffen geschenkt. Dankeschön. Ah, liebe Zuschauer, Karten ist ein Noob. Ich wollte mal angemerkt haben. Loob, 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 loob. Oh, die Waffe ist hübsch. Tja. Was machst du eigentlich damit bezwecken? Hallo. 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 Du hast eine Schrotflinte. Ja, Schrotflinte. Ich will das nur mal kurz in dein Gehirn reinschießen. Du hast eine Schrotflinte. Boah, ich soll in dein Gehirn reinschießen? Warte mal. Ehhhhhhhhh. War das ein Schroahr? Ups, fullflash. Ich sehe nix. Ja, ich bin hinter dir. Achtung. Nebel. Meins. Aua. Deswegen bin ich nicht nach hinten weggekommen. Ja, snipe es. Das ist jetzt sehr intelligent. Ja, ich bin schon hinter dir und... War noch nicht so lang. Oh, fuck. Eine war lang. Was, warum? Einer geht lang durch. Es ist so! Snipe machst du. Ich bin tot. Äh. Da! Wieso? Jetzt komm ich über lange, Achtung, nicht schießen, hallo. Hi. Dad verwirrungen. Wo ist denn der letzte? Kann ich mir mal die Eisel, die letzte Eisel schauen? Die Eisel? Die Eisel. Ich schau mal kurz lang. Hier ist Max. Ich schau mal lang. Ich renne mal Richtung Spawn. Letzte Aufgabe. Oh, der war drin. Snipernest. Warte. Warte. Wuuu. Nein, er ist nicht der Aufgabe. Ihr hätt so viel gedacht, wird er jetzt wirklich besticken. Den hätt ich doch geschossen. Snipernest. 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 Wo bin ich gerade? Warte. Hier ist Max. Äh. Ist nicht hier. What the heck? Juroos. Juroos. Ich wurde angeschossen. Also, ich wurde nicht getroffen. Nein, das ist doch nicht. Karten sagt nein. Jaja, jetzt nicht mehr. Karten sagt nein. Karten sagt nein. Karten sagt nein. Karten sagt nein. Karten sagt nein, hör doch zu. Karten ist der Computer. Karten sagt nein. Nein. N-E-I-N. Nein. N-I-N. N-I-N. Genau, N-I-I-N. Nien. Hä? Er ist falsch buchstabiert. Fehler, Fehler. Wie ist das? Wir suchen das Produkt der deutschen Henne. N-I-N. N-I-N. N-I-N-G-G-O. Falsch. Wollt jetzt mal nicht weitermachen. Da steht was. Da steht was. Links oder wie? Äh, ne. Rechts. Rechts. Der ist nicht links, sondern rechts. Hups. Jetzt habe ich fast verzogen. Oh. Halt den zweiten habe ich nicht gesehen. Ich komme als Wolf wieder rüber, weil ich sehe. Eventuell kommt einer lang. Verdammt, der hat mich umgesprayt. Ja, ich war gerade ein Messer hinter dir und deswegen habe ich panicked. Ich komme auch als er für einmal da stand und dann habe ich geschossen und dann habe ich Der letzte hat eine Nova Predator und der Predator heucht. Der Predator hat mich auch hart. Predator eben. Ich wollte die Predator, mann. Der wäre langgegangen gekommen. Die ist wohl letztlich. Mag ich nicht. Zum Abschluss noch nichts. Oh, Leute. Ja, bitte. Ja. Ich muss ein paar Kills auf meine Stat-Track bekommen. Wer von? Das sind die Arbeit voll krass. Mhm, auf das Stat-Track. Okay. Okay, dann ... Die wäre aber ... Geil, ich hab eine Stat-Track. Ich bin ja so ... Ah, guck mal ... Ah, war das? Stand-Track. Wie aber so geht das gerade noch eine lang? Es ist Das ist das Monster-Stat-Track, Mann. Das ist das Monster-Stat-Track, Mann. Ehhh. Ehh, ähh, SIß? hass musste Hilfe auf lang, oder parkst du das gerade? Hoch. Wir rennen da gerade raus. Ich. Kom, 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 ja. Schrotflinten Schroten besser als eine Schrotflinten. Ich schau hier mal lang. Wenn ich was seh, dann sag ich dir was. Da ist was. Da kommt was. Links, ja. Ich ducke mich, Achtung. Oh, Snipes! In dem Moment geh ich hoch und krieg erst mal ne Kugel auf. Ich hab ihn noch getötet. Durch ein Hindernis hindurch. Nein, ich hinde! Der hat noch nicht 17 Leben. Ich greife an, der kommt von unten. Ja, aber aus Panik habe ich auch scheiße. Aus Panik bin ich hoch gegangen. Da kommt eine Achtung. Aus Panik hast du auch scheiße. Aus Panik hab ich auch scheiße. Wie schaust du lang aus? Bookstabier das mal. Okay. Rot. T. Oha. Ne doch nicht. Bookstabier das. Oha. 50% Verluste. Doppelte Zahl der Enemies. Gehunted. Ähm, ja. Dup dup. Ah. Dup dup. Gattelfeld. Gattelfeld. Dup. Du hast keine Gegner dippen. Entschuldigung. Tust du dir vor? Da bist du da. Ja. Warte, wenn du da reinschust. Daher. Wolfi geh raus und hauen weg. Einer ist mitte. Er kommt jetzt zu euch. Ach das ist ja Wolfi. Oha. Titi Karni. Titi. 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 Titi Karni. Du bist doof. Titi Karni. Titi Karni. Titi Karni. Sehr gut Karni. Ich stehe in meinem Dreileb erschisserein BAM. Wie schön. Da hab ich's nicht. Titi Karni. Und wenns das will ich schon wieder lang gehen. Und wenns geht. Ja dann geht du lang. Zieh auf deine Kopfen. Ja, ha, ha. Mann. Aber ich geh mit. Oha. Ja, ich geh mit. Wir töten uns selber weil wir zu sch... Weil ihr zu schlecht seid. Ja, Mann. Also die letzte Runde war auch echt schräg, ich töte fast Snipes, Rolfi hab ich getötet und trotzdem kriegst es nicht in uns zu... naja egal, lass mir das Wahrscheinlich überrennen sie uns jetzt knallhart Flaff, o fakk, lang, lang 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 lang, ich verschiebe, ich verschiebe mal kurz, ich verschiebe mal kurz Jetzt haben sie Schiss oder was? Jetzt hauen sie ab? Anscheinend, die kommen mit dir, geh Kurve, geh Kurve, geh Kurve Arschloch Zeug goin Mach ich ja nichts Abib! Wahre Burger ist es mal lass mich verschieben ja ja komm dass da mal wird er war vorhin lang also bei den toiletten ich stehe ich stehe ich stehe auf dieser map toiletten ich zeig es ja ich kann ich dir zeigen weil das klo muss da hinten darf ich schaust mir zu da dieser kleine raum da dieser vorraum das ist das toilette auf 90 grad ist der gegner da da meinst du bist ja dahinter toilet das sind ja dann 30 grad oder meinst du da hinter den toiletten nicht schießen wolfie das bin ich da ja da nein oh ich war so schön auf deinen kopf auf das sofa schießen vielleicht ist ein aufgeschreckt und fehler auf das sofa nach den toiletten langt bei der sofa ja warte 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 da schleich ich jetzt hin warte und da ist jetzt noch rausgezündet ja ich habe gesehen noch ganz leicht aber leider nicht verzeugt hat ihn hart wegzuknallen heute jetzt wird schildkröte gespielt was schildkröte ok schildkröte nein schildkröte geht nur mit double achso habe egentliche tut eher aus wie der enten tanzt wenn du da lernt an die brauche ich bin hinter dir habe ich brauche habe ich braucheLink dass das bei lang��hmat jagen bitte Einer vielleicht noch lang, bitte. Okay, dann gehe ich zurück. Ich verschiebe. Und jetzt bitte nicht im Schildkröten-Modus. Was ist denn das für ein Geräusch? Ihr könnt alle gehen, ja. Unser letzter. Ihr seid alle Bewegungslegas-Täniker. Bewegungslegas-Täniker. Schildkröten! Movement-Krabbel. Warte, er angewachsen. Ach, da unten ist er. Wo ist er denn? Ach komm, er hat mich. Nein! Wolfis hat Nein. Karten-Toffel. Karten-Toffel, eine Karten-Toffel. Eine Karten-Toffel. Ich hab eine Blend-Granate. Ich glaub, ich kauf mir diesen Skin Electric Hive. Den find ich irgendwie cool. Warte, ich mach jetzt auch eine Schildkröte. Der kostet ja nur bar viel. Egal, ich spar. Die Einhändige. Nannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannann Küche. Hat nen Hit kassiert. Och Gott, äh, noch einer ist durch. Ups. Ich hab mich mitte gescofft, man. Wo muss der von rechts kommen, der Mungo? Hup! Eine Geheufe wird gefeiert. Äh, wer ist denn da grad? Snake! Mit rum, Snake. Ja, er hat mich grad erschossen. Der ist grad auch den Rauchdruck gepusht. Na gut. Was war denn das grad? Na 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 na. Na 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 na. Den attackant hat nen bisschen geblutet. Ach Manno. Ist musst du doch wegfährt. Es muss über den Nose gehen. Ab fazer Prosp. Los geht's, zum Spiel direkt. Nehmen wir das Ding da. Wir spielen jetzt wieder das Spiel. Ah, interessant. Und los geht's. Ja Nerknonanana. Man Chickselack. Ah, ok. Doppel... Drei Smokes? Merke ich das. Was macht ihr da? Weißt du, der hält einfach rein. Ich hab halt genau auf Kopfhöhle gezielt und hab einfach reingestoßen. Mit der Out-Attacke funktioniert das wunderbar. Zack, 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 zack. Hat man gehört, ja. Komm, komm, duck dich, duck dich. Die, die ja nicht vorbeigekommen sind, sind direkt bei mir in die Flüsse gelaufen. Achso, wir spielen nochmal, okay. Der eine, der überlebt hat, den hat Wolfi hinter mir. Und los, den enden dann. Ich glaub, die haben sich grad richtig verarscht gefühlt. Jetzt kommen sie bestimmt rüber lang. Mehr Spaß. Ich muss mich jetzt beeilen und wenn sie rüber lang kommen, dann muss ich jetzt nämlich bereit sein. So. Den jetzt nochmal den Spaß? Ich glaub, die machen den Spaß jetzt nicht nochmal. Flash. Nee, zweimal Flash lang, dreimal Flash lang, ich seh nix. Okay, jetzt probieren sie es lang. Lang, 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 lang. Wahrscheinlich gehen sie jetzt alle lang. Kann ich verschieben? Kann ich verschieben? Nein. Verschieb man! Ich hab mich posiert. Alle lang, alle lang. Die sind schon hinter mir! Zeig doch alle lang! Dass die so schnell da sind? Aber ich hatte ja eine Folie! Na verdammt! Einer hat die Autotalker, schaut auf mich raus! Die sind alle hinter dir. Nee, der nicht. Nur der nicht! Schön! Oh na, aber die kommt bestimmt von rechts, wollte ich grad sagen. Das war's! Du dachtest, Wolfi hat doch gelebt und war das rechts! Nein! Nein, ich bin dood! Rechts! Rechts! Die waren nicht rechts! Die werden jetzt ne Autotalker haben, na super. Cool, dann packen wir sie alle rein. Ich bin zurück, die Autotalker hat! Die sind schlanke! Erstmal alle Waffen durchwechseln. Ja. Wie so ein Spastiker. Ihr seid so doof. RENNNNNN! So. Wir spielen jetzt das lange Spiel nochmal, dann ist aber blöd. Das blöde Problem ist, die haben jetzt nen Autotalker. Und mindestens eine weitere AWP. Ich steck! Haben aber auch 2 AWES verloren. Äh, das ist ne Decol. Das ist ne Flash. Ne, das ist ne Smoke. die flog richtig scheiße und mit muss ich muss rüberschieben ich versuche mich ins wort zu erwischen hast du den auf mit ja ja ich sehe nichts ich soll verschieben kommt jetzt raus kommt jetzt autotag auf mit die versucht mich jetzt zu kriegen danke hallo ich begrüße sie hier ist ihr kapitän auf der reise von der reise von hier nach da meine sehr verehrten passagiere bitte schneiden sie sich an der starten kürze er ist draußen kommt jetzt rein also ist drin tschuldigung ja da ist drin ist drin hat mich meine app getötet durch durch abstellraum in küche ich hätte doch nicht rausgehen ich wollte die autotag noch einmal da war er gierig rechts rechts der ist jetzt schon nach links rum linke seite links 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 da hast du gesehen da drinnen hat die geisel hatte die projekte war da warten komm links 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 Das sind alle paniken. Schön, nimm die Awe da mit. Nein, nein, das ist zu warm. Nein, das ist immer noch nicht. Das ist die Awe. Okay. Da. Das ist sogar meine. Ich nehm sie. Ich hab nen Autotucker. Ich will keinen Autotucker. Die ist für Karten. Verwirrung. Zwei Waffen. Jetzt hab ich mir ne Awe gekauft. Ich hab ne Autotucker. Super. Okay. Wieso hast du ne Autotucker eigentlich gekauft? Für dich? Weil ich wollt die Awe. Achso. Hier kommt der Flash. Flash. Ich schau immer auf rechts. Zwerg durch bei euch? Ja. Ich bin full Flash. Hä? Hab ich den gar nicht getroffen? Da kommt was. Achtung, da kommt was René. Da die machen. Da kommt was. Nö. Das ist hof. Hey du und fertig. Back. Achso du schaust rechts, dann kann ich nix schon. Ich bin tot. Ich geh verschiebe. Du gehst verschiebe? Ich geh verschiebe. Ich geh verschiebe. Hey, voll korrekt Bruder. Ich geh verschiebe. Ja, Snake mach mal hinne. Gib doch. Sehr gut. Oder auch nicht. Sehr schön. Oh, Mama. Oh ja. Danke schön. Das ist meine Awe. Ja. uç. Mip. 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 Mip they may 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 soum portion. ich bin voll flasch noch mal voll flasch die wir nicht ich kann nix tun kommt auf lang ich brauche hilfe lang sofort ich geh ich habe nicht darauf geachtet durch wird wieder kompats ich sehe es nicht ganz viele schritte auf lang ja ich weiß was sind die letzten beiden wahrscheinlich einer ist definitiv hier eine ist zu mir eine ist vor ich glaube beides in vorne ja beides in vorne inzwischen ok was soll ich jetzt machen Abwarten und Tee trinken. Ach Gott, ich... Okay. A Snake! Oh Gott. Come on, let's go! Kleine Tutels. I am your father. Nooo! I like trains. Irgendwas blockt dich da. Kartoffel. Kartoffel blockt dich? Ja. Deine Kartoffel blockt dich? Ja. Ich hab ne Kartoffel. Was? Bewirrung! Einer kommt mit. Er wollte mich flashen. Voller sieht er. Eigentlich bin ich tot. Awe mit Kardens Awe, ja. Schade über dich. Kommt jetzt ungefähr zwei Stunden lang. Kommt etwas Küche? Nein! Ah, ich hab die Wand getroffen. Einer geht lang, einer geht lang mit Awe. Ja. Wolfi, einer kommt gleich... Hinter dir ist nichts. Hat sich die Host... Oh ne, hat sich die Hostel Schmitte genommen. Dreh wieder um, dreh wieder um. Dreh nach vorne. Genau, bleib einfach da. Genau. Der geht über lang. Ich will's nicht bewegen. Da kommt nix. Lauf. Lauf. Lauf, 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 lauf. Da war... Ach! Okay, da war was. Da war auch. Ja, macht nix. Why you don't like my snake? My snake will fuck you. Ähm... Snake. Du weißt, dass wir in der Aufnahme sind? Bedürftig.